One shot, everything rides on tonight, even if I've got three strikes, I'mma go for it, this moment Moing moing Leute, heute ein kleines Info-Video, nur für euch über unseren Kanal, allgemein was wir so machen und drum und dran Thanks, Markus Servus Leute, ja, auch mit einem kleinen Game, was nicht so ganz langweilig wird, wenn wir hier irgendwas erklären Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja Na klar, Gameplay muss dabei sein So, vielleicht erstmal so, Vorstellung, wer wir sind Wir sind Death-Players, ja, Name klingt komisch, ist aber so Ähm, wir haben uns für den Namen entschieden, weil ja eigentlich ganz gut passt zu unseren ersten paar Videos, die wir hochladen werden Ähm, beziehungsweise wird sich das dann auf Left 4 Dead legen Aber nicht alle Spiele, also wir sind auch am überlegen, wie wir haben, äh, das neue Spiel ähm Ähm, ähm, scheiße, wie heißt denn? Ah, Vorbereitung for the win Ja Payday, ja, Payday 2 war's dann Weil, ähm, also ich persönlich hab Payday 1 gezockt und fand's dann vieles geil Und Payday 2 wird bestimmt ein bisschen geiler Snakes, was ist los, du fackst hier? Ja, der Hunter ist schon irgendwie voll so etwas rein gebrochen Ja, 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 der, 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 der Hunter kommt auch aus dem Ghetto schon gewusst Und, ja, also Battlefield 3 kommt auch noch Ja Ähm, ja, ja, Battlefield 3 kommt dann von, von Legs Hier wird dann wahrscheinlich, ähm, ähm, DUD, also MW3 kommen Weil, äh, ja, weil wir halt beschissen Ja, im B3 könnte ich auch mitmachen, also sowas ja nicht Ja, aber, ja, äh, mal schauen, vielleicht macht er mit, manchmal auch nicht Weil er hasst eigentlich, ähm, MW3, weil er mehr so, so der, der, der Battlefield-Spieler ist Ich eigentlich auch, aber mein Rechner ist zu langsam, äh, äh, er hat keinen Speicher Ich hab nicht genügend Speicherplatz für, für das Spiel Ja, du kannst dich keinen Speicherplatz leisten Ich hatte mal Speicherplatz, dann wurde es mir geschrottet Netzwerk C abgeschissen Einfach so Ja, hätte ich jetzt auch gesagt Ja, auf die Idee wär's gar nicht, ich komm du behindert da Okay Naja, es kommen, es kommen ganz viele Spieler, also von mir kommt auch nochmal Batman, Arkham City, äh, Arkham City vor allem Ne, äh, doch, oder, äh, äh, beziehungsweise die ganze Batman-Reihe kommt von mir Weil ich das Geld habe, die mir das leisten kann Ja, ich bin so ein Speicherplatz, okay Naja, kein Ding, ich bin ja Sniper-Pro, man Ja, soweit zu den Spielen, wenn ihr, äh, wenn ihr, äh, 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 Wünsche habt zu gewissen Spielen, die wir let's blame sollen, na kein Ding, machen wir natürlich gerne Unter der Bedingung, es gefällt auch uns, weil wir spielen keine Spiele, die uns nicht gefallen Ah, Tanks Ja, du bremsst noch Ja, um, egal Nö, nö, ist schon wieder ein zweiter Achso Ja, ich würd wieder zurückrennen Oh, ist doch mal Oh, noch ein Tank Ja, schön, ich bin entkommen und du Ja, ich auch Oh, schön Ja Ähm, die Videos haben wir am Anfang ein... Werden wir am Anfang ein bisschen zu viele, ähm, hochladen Weil, ähm Ja, Dreck Bye, 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 ähm, ähm, ähm Weil wir, ähm Ah, Hunter Sorry Ah, ja, okay Weil wir, ähm, viel, viel, viel zu tun haben noch an, in der Woche Und, ähm, dass ihr euch nicht wundert Wir werden dann, äh, natürlich einen Takt reinbringen Wir werden, äh, jede Woche mindestens eins, zwei Let's Plays hochladen Und, je nachdem, ähm, die Lust haben Also, es heißt, einmal ein Versus Game Was schon zwei Parts belegt Und einmal ein, äh, äh, eine Kampagne Und für so ist es ein Dauern Ja, kurz das Gameplay, wie es aussieht Naja, ich bin eher der Pro, Alter, ich laufe noch sieben Minuten Jaa 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 Wir versuchen nicht nur, bei Battlefield 3 zu machen, vielleicht auch 4 Demnächst Mal schauen, wie es läuft Und wer der Hitter auch ein bisschen Ah, fail, fail Ja, du läufst noch 20 Minuten, ist klar Ich habe gesagt sieben Minuten Nein, nein, wir Keine Sorge, wir hören jetzt nicht auf Wir machen jetzt einen, äh, zweiten Part von Infovideo Das wäre ja scheiße Wir machen einfach wieder Neustart und so, äh Fail for the win und so, äh Ja, schon Nein, aber wie gesagt, wir werden auch, äh, Left 4 Dead Teil 3, äh, auch Let's Plays Wenn's nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr rauskommt Darauf freue ich mich schon wie ein Hamster Mann, du hast mir mein Schwert gezockt, du Penner Ja Nehmen Schuss Die Schwarze, Alter, kannst den Entschuldigung, ich kann's mir nicht leisten, deswegen muss ich's mir klauen Ja Ich behalte immer auf die Schwarze Scheiße, natürlich bist du schwarz, bist ja gar nicht, sorry Okay Naja, erstmal sowieso von den Games her, dass ihr ein wenig Bescheid wisst Wünsche werden erfüllt, versuchen wir zu erfüllen, je nachdem Boah Ja, also wenn wir auch irgendwie Ideen haben, wenn wir zu irgendwelchen Fluss haben Dann werden wir mal reinschauen, ob's uns gefällt Also am liebsten mögen wir halt irgendwie irgendwas, wo man halt mal haben kann Boah Also so Strategiespiele ist kein Ding, das werde ich dann machen Ich weiß dann nicht, ob Äh, äh, Legs so der Fan von Strategies Games ist Ja, es kommt auf andersher und es gibt schon Legies sind eigentlich ganz lustig Ja Oder beziehungsweise, wenn ihr wollt, dass man, äh, 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 wenn, also so, wenn ihr Steam habt Weil wir spielen ja zum größten Teil nur auf Steam Ihr habt Steam und wollt unbedingt wissen, wie ein, äh, Free2Play Shooter ist Beziehungsweise allgemein ein Free2Play Game Werden wir keine Hemmungen haben und werden es für euch, äh, mal ein Let's Play ausprobieren Hab ich mir jetzt so gedacht, um euch zu zeigen, wie das Spiel ist Das ist ein Tank Was ist weg? Das ist ein Bitch Ja, nein, ficken Ja, schön Infovideo, ganz kurz und knapp geheilt Ah, danke, danke, danke Der hat kein Ding worden Ja, ähm, was könnte man noch sagen? Wie wir, ähm, sozusagen, wie wir auch auf die Idee gekommen sind Also es war mehr so, so meine Idee, weil ich Tills Bock hatte aufzunehmen Und, ähm, ich auch mal vorhatte, es durchzusetzen, aufzunehmen Habe ich auch gleich mal Legs gefragt, aber auch sehr interessiert dran Weil wir einfach Spaß am Spiel haben Und, ähm, warum nicht, sollten wir das auch euch zeigen, dass wir es können Mehr oder weniger Ja, wir sind auch so grob und groß, also wir können mich schon Ja, wir sind halt wie normale Spieler Manchmal hat man so seine guten Tage Und, ach, scheiße, da ist ja ein Tank Ja, umsonst runter gehüpft, obwohl dein Tank ist, geht Ja, umsonst runter gehüpft, obwohl dein Tank ist, geht Von der Hand, was? 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 Oh nein, lol Ja, du stirbst dich jetzt, jetzt guck dich nicht mehr Ja, okay, stirb doch mal, schön Zack Oh, ist ja krass, wie ein Monition holt Alalalalalala Oh, der Tank ist unten, der legte ich grad mit Nick an Oh, du bist ja auch unten, so, ja Ich muss ein Monition holt Oh nein, fick dich, alter Sonst hab das Feuer, so Oh, wenn ihr mal Lust habt, Left 4 Dead Mit uns zu zocken, beziehungsweise mal andere Games Du sollst nicht rumschießen, sollst du mir helfen Ähm, könnt ihr uns Bescheid sagen, wir werden Wenn wir Lust dazu haben, mit euch in Kontakt sind Äh, 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 setzen Und mit, äh, euch um ein Game zusammen zocken Je nachdem, wie ihr wollt, ähm Ähm, 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 ah ja, nein, das ist ein Tank Schöne Scheiße Na lol Voll springen, hat nicht so geklappt Nein, aber wenn ihr Lust habt, mit uns zu zocken Und ihr euch sicher seid, dass ihr auch mit auf einer Aufnahme ermähnt werden wollt Oder beziehungsweise mit dabei sein wollt Sagt Bescheid Ich hab persönlich dagegen Kein Problem Aber ihr müsst wenigstens das Spiel haben Und das Spiel können Weil sonst, äh, finde ich, ist so nenswert Ja, wir hier verkackt Scheiße Also es ist alles zu größten Parlegs schuld Wie ihr seht, ich hab schon mehr als 20 Minuten Und er hat weniger als 10 So ein Noob Weil ich spiele also Sag mal, kannst du ruhig Was ist? Wer ist hier so blöd und will runterspringen, ja? Ja, sorry, wer lässt mich hier ne ganze Zeit im Stich wie so n Lappen Nehm mir Brandmonitor Naja Du wärst nicht mal gekommen, du Naja So Hundesohn Okay, das merk ich jetzt So, mir fällt persönlich jetzt nichts mehr ein, was wir noch erwähnen können Ne, eigentlich auch nicht Das wärs eigentlich schon Ja Achso, naja, wann die Videos immer hochkommen werden Das ist immer Samstag und Sonntag Meistens ja, früher Aber auch schade Ja Dass sie vielleicht mal Mittwochs oder so Also in der Woche Ja, wenn 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 wir dazu Lust haben Das kommt auch noch an Wie wir schon gesagt haben Ja Ja, warte mal Warte mal bevor Eilt grad TS kackt schon wieder ab Scheiß TS, Alter Ich schwör Ja Ah, TS halt TS ist scheiße Für alle Leute Der holt euch nie TS Jeder hat mir gesagt TS ist gut Da ist deren Verbindung immer der Beste Und so Dabei bin ich mir echt sicher Dass Skype da viel besser ist Weil Skype kack Skype kack jedenfalls Nicht so ab wie TS, Alter Ey, wie perfekt ich das Ding hingestellt hab, Mann Geil Ja, warte, Mann Ja Ja Wobei stehen geblieben Vielleicht auch zwischendrin mal Während der Woche Ein Tor Wenn ich jetzt irgendwie Papi-Feed mache oder so Und dann halt Sending Madman Oder keine Ahnung Ja, schau mal Perfekt hingestellt, ne? Oh, Alter Da freut es sich Wegen Wegs da drüber Dass Du hast Was geiles Wie das Teil so perfekt Hier auf die Gelände Äh, hingestellt Ja Ich dachte schon, da wär jetzt was richtig geiles Und dabei war's dann nur so'n Spot, ey Ja, okay, ja komm Mach mich halt jetzt runter Das merke ich mir Ja, ich hoffe es, Alter Ja, das war's eigentlich ganz So im Großen und Ganzen Mit dem, was wir eigentlich euch sagen wollten Aber ich denke mal für alle, wir werden jetzt noch Gameplay, beziehungsweise diese Runde noch zu Ende führen Weil, äh, ich persönlich hasse ein Hype angefangenes Ente Äh, Ente hab ich gesagt, ich hab Ente Ente, 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 Ente Ja, so, klar, Alter, du guckst so viel dran, man Ja, schon, ja Wenn ihr seht, ich nehm halt auch die Repro-Dead Anker auf Ja, Dex, der Babo, muss unbedingt den kleinen Kitties zeigen Wenn man, äh, Zombies die Köppe abschlägt Ja, aber abschieß so, aber abschieß Ja, da freut es sich, dass er Gliedmaßen Kennen kann Na klar, wäre schon nicht Halt das alles vorbereiten, ja Ja, ja Ich leg mich hier mit dem Tank an Oh, so ein Huren-Tank Ey Ups, geht da Naja Also, wir wollen jetzt auch nicht so einer derjenigen sein, die meinen, oh ja, ich mach mal ein paar vier Videos Wenn ich keine, äh, tausend Likes im Sinne von Wenn ich nicht zehn Tage habe, dann mach ich keine Videos mehr Hey, wir wollen uns jetzt so verleiten Ja, also wir pushen und Pushen und nicht, das haben wir nicht vor Es ist ja Hau Ja, scheiße Oh ja, oh ja, Ja, wir sind da ganz stabil und professionell auch ganz professionelle videos ein bestimmt die ersten videos sind natürlich bei jedem bestimmten anfänger videos und wir haben ja halt und ich soll das diesen glück meist andere wie die krank oder ich glaube weiter die war auch dabei die direkt als youtube kam bei angefangen videos zu machen da hatten sie nämlich mal richtig das vorteil gehabt vorteil war das jetzt deutscher satz ich kann jetzt ein bisschen komisch hier ist das vorteil ich glaube ich glaube nicht dass es direkt deutsch war hat sich nicht so angehört oder ja egal wir können andere schwanz im mund und so also wir sind auch keine kleinen tiki ist die erst mit zehn und ne quietsche stimme ankommen meine leute abonnieren favorisieren und daumen nach oben und so wir haben hier haben wir gar nicht drauf weil das ist an mir nicht nötig und weil ich meine ja der liebe liebe jockey dieser hat mich und nicht meint einfach mal runter zu springen und nichts zu tun wie geil ja da schon faden verloren ach so nein doch nicht nein also wir sind beide uns tätig will ich mal meinen also bei der festen ausbildung sechs zum architekten ich sag jetzt architekt weil es viel geiler klingt und ich studiere also ich studiere direkt also studiere medizin ich bin wie die china ihre chemie und so viel nein ich mache meine ausbildung zum koch sozusagen ja also deswegen haben wir auch ein wenig zeit und wobei wir beide wirklich glücklich vergeben sind hier ein angesage an unsere freundinnen hallo wir haben euch lieb und so mehr oder weniger ja meine scheiße kann ich nicht mal leiden ist doch weil ich gar nicht sehen wenn ich die schon sehe kriege ich kurz reichen mann nein ich hoffe ich hoffe die sieht das video nie also die schlägt ja meine erst alter gruppen uns den kopf ab ja das können die beide für sport machen und ja extrem dank sind und gerne mal ihre ihren festen freund töten männer scheiße baut ein ding das haben wir uns auf was richtiges eingelassen das war mit der typ verprügelt ja ok das war es mit unserem wie der penis video mamann da war das er noch zu reden ist das ist einfach m Das ist bei uns normal und wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein. Macht's gut.